Und so, aus copyright-technischen Gründen wird hier natürlich, wenn wir uns jetzt den Teaser anschauen, sinnvollerweise der Chat mit eingeblendet bleiben. Auch für die Leute, die das Ganze jetzt hier auf YouTube sehen. Ich bekomme manchmal einfach eine Nachricht, dass gerade diese Twitch-Streams, die nachträglich nochmal auf YouTube hochgeladen werden, dass da so der Chat ein bisschen stört. Allerdings meckert YouTube dann eben nicht so schnell rum, weil ja eben das Bild verfälscht wird im Endeffekt. Ich denke mal, das ist okay. Ich werde für alle, die das Ganze hier auf YouTube schauen, werde ich auch den Teaser unten verlinken in der Beschreibung. Sofern er noch irgendwo erhältlich ist, weil der wohl nicht offiziell von Netflix gepostet wurde und immer nur von bestimmten Menschen gecaptured wurde. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Aber der ist wohl offiziell. Man darf ihn sich auch anschauen und von daher sollten da keine Problemchen auftauchen. So. Dann switchen wir hier gerade mal rüber zum Teaser. Spoiler? In welcher Hinsicht gibt es denn Spoiler? Ähm. Wir gehen auf das Thema gleich nochmal ein. Wie gesagt, es kommen diese Woche, kommen noch zwei Videos zum Thema Jurassic World Chaos Theory. Einmal eine Traileranalyse und einmal eine Sache, die diese Indoraptor Theorie wahrscheinlich belegen könnte. Sehr wahrscheinlich belegen könnte. Aber auf eine andere Art und Weise, wie du sie dir vorstellst. Ähm. Wir gehen auch gleich nochmal kurz darauf ein, warum jetzt hier im Trailer der Indoraptor irgendwie eine Rolle spielt. Wir schauen da jetzt aber erstmal gemeinsam so ein bisschen rein. Und für alle, die es auch nicht wissen, YouTube hat so ein bisschen die Benutzerbedingungen ein bisschen verschärft. Und gerade was so Reaction Content angeht, was ich super geil finde, weil ich finde nichts fauler als Menschen, die einfach nur Reaction Content machen. Ich finde das so unfassbar faul. Ähm. Schrecklich. Aus diesem Grund sollte man, wenn man so Reactions macht, immer darauf hinweisen, dass der Kanal, der das Video hochgeladen hat, eigentlich der Kanal ist, den man supporten sollte. Das geht jetzt in diesem Fall eben nicht, weil auch der Kanal nicht Netflix Original ist. Der Teaser ist eigentlich von Netflix. Und ich werde hier und da immer wieder mal unterbrechen müssen. Das geht jetzt hier wahrscheinlich einigermaßen gut, weil das sind ja nur ein paar Sekunden. Aber ich werde reinreden. Für alle, die den Trailer eben sehen wollen, ohne dass ich da reinrede. Ihr müsst dann logischerweise eben einfach, ähm. Naja. Den Teaser ohne mein Geschwätz gucken. Da guckt man sich auch keine Reactions an. Um das nochmal ganz kurz klarzustellen. So. Spooky so, ich bin dann gegen 18 Uhr wieder da. Ciao. Alles klar, Spooky. Muss jetzt um 18 Uhr kommen, weil ich um 18 Uhr angekündigt habe. Das ist so. Da kommt so der Deutsche in Spooky so richtig durch einfach. 18 Uhr hat er gesagt und ich bin auch nicht vor 18 Uhr im Stream. Das ist gut, ja. Ähm. Ciao und was geht? Wir gucken uns jetzt hier den Jurassic World Chaos Theory Teaser an und quatschen da mal drüber. In diesem Sinne. Wir legen da jetzt los. Und mal gucken, der Chat sollte auch nicht so allzu sehr stören, denke ich mal. Wir gucken. Ist halt wirklich nicht lange, ne? Das ganze Ding geht halt echt nur ein paar Sekunden. Aber ihr werdet euch gleich wundern, was man da alles sieht. Oder eben auch hört zum Teil. Jetzt muss ich hier ein bisschen runterdrehen. Aus Musikrechten. Das war's tatsächlich aber auch schon. Das ist der Teaser zu Jurassic World Chaos Theory. Und da mag man jetzt meinen. Moment. Da mag man jetzt vielleicht meinen, das ist ja überhaupt nicht so spannend. Das ist ja eigentlich alles sehr. Es wird so ein bisschen was gezeigt und irgendwie. Ja. So. Es wird ein Dinosaurier gezeigt. Und es wird ein Helikopter gezeigt. Und dann noch Darius natürlich. Der ist älter geworden. Das sehen wir alles, ne? Ist eine ganz coole Sache. Aber. Und wie gesagt, ich werde morgen in meinem YouTube-Video noch mal genauer darauf eingehen als jetzt. Schauen wir uns mal ganz genau an, was wir hier wirklich sehen. Beginnend mit der ersten Stelle hier, wo wir sehen, wie der T-Rex, Moment, wir fangen mal ganz von vorne an. Wie der T-Rex von einem Helikopter durch den Wald gejagt wird. Diese Szene schließt doch unmittelbar. Das kann man, also wenn das nicht so ist, dann ist es halt einfach nur echt unglücklich gewählt. Diese Szene schließt an die Szene an, die wir in Jurassic World Dominion bereits gesehen haben. In welcher der T-Rex aus dem Autokino flüchtet und sich im Wald verstecken will. Und dann sehen wir, wie der Helikopter hinter dem T-Rex herfliegt. Und dann war es das im Endeffekt. Und da kommt ja dann das Logo Jurassic World Dominion. Das hier knüpft direkt danach an. Und das macht Sinn. Warum macht das Sinn? Moment. Hier sehen wir die Szene nochmal ein bisschen mehr. Also es kann mir keiner sagen, dass das eine andere Szene wäre. Das ist auf jeden Fall die Szene, in welcher der T-Rex durch... Ähm... Na, wo haben wir es denn? Durch den Wald gejagt wird. Das sieht man hier auch nochmal ganz genau. Das heißt, diese Szene hier schließt direkt nach dem Prolog von Jurassic World Dominion an. Warum macht das Sinn? Weil bereits bekannt gegeben wurde, wann Jurassic World Chaos Theory wirklich spielen soll. Nämlich wird die Serie spielen zwischen Jurassic World Fallen Kingdom und Jurassic World Dominion, zum Teil ja, aber relativ nah an Jurassic World Dominion ran. Und hier wurden bereits erste Leaks preisgegeben, dass die Serie zu einem Zeitpunkt spielen soll, an dem Jurassic World Battle at Big Rock spielt. Wenn ihr jetzt mal auf der offiziellen Seite, entweder war es die Dinosaur Protection Group gewesen oder es war die Jurassic World Homepage, da könnt ihr sehen, dass dieser Zeitpunkt, wo der T-Rex aus dem Kino wegrennt und Battle at Big Rock, die überschneiden sich irgendwann. Irgendwann fangen die an parallel zu laufen. Das heißt, ich glaube, Battle at Big Rock fängt kurz vorher an und dann aber irgendwie zeitlich geht das so ineinander rein. Da gibt es so eine Timeline. Wenn ich die irgendwo mal finde, werde ich die im YouTube-Video mal unten drunter verlinken. Das bestätigt schon mal den ersten Leak, dass diese Serie tatsächlich zum Zeitpunkt von Battle at Big Rock spielt. Und eben auch die Tatsache, dass das hier eine Szene ist, die direkt nach dem Autokino-Vorfall aus Jurassic World Dominion spielt. Punkt. Wie waren deine Ferien? Meine? Ich habe keine Ferien. Ah, du meinst mein Urlaub? Der war super. Der war super. Können wir nachher nochmal kurz drüber quatschen. Es gibt gerade mal nur einen Teaser von Chaos Theory und jetzt schon meine Lieblingsserie. Ey, ich habe auch, ich habe echte Erwartungen dran. Und vor allem freue ich mich eben drauf, weil wir wirklich nach Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 5 haben wir nichts mehr aus dem Original-Jurassic-Kanon bekommen. Dieses Jurassic World Camp Cretaceous neue Abenteuer. Nee, es hieß nicht neue Abenteuer. Wie hieß es denn nochmal? Hidden Adventure. Genau. Dieses interaktive Netflix-Ding. Das war ganz cool, ist aber eben nicht offiziell Kanon. Das passt nicht in den Kanon mit rein. Das ist jetzt so das Erste, was wir als nächstes bekommen aus dem Jurassic-Kanon. Also, wir sind anscheinend jetzt hier sehr nah an Jurassic World Dominion dran. Und das Ganze beginnt wohl zur Zeit von Battle at Big Rock. Wann spielt Battle at Big Rock? Relativ nah an dem Ausbruch am Lockwood-Anwesen dran. Das sind, glaube ich, maximal eine Woche, zwei Wochen. Es wird gesagt, in Battle at Big Rock meine ich, in diesem einen Radiosender. Ist aber nicht, ähm, nicht viel mehr als zwei Wochen, meine ich. Das heißt, wir sind doch schon sehr nah dran. Jurassic World Dominion spielt dann auch nach Battle at Big Rock auch nicht allzu lange. Es könnten auch nur ein, zwei Wochen sein. Weil auch in Jurassic World Dominion wird kurz darauf eingegangen, was in den Big Rock Mountains passiert ist. Und wir sehen sogar den Allosaurus mal ganz kurz, glaube ich, in so einer Reportage. Also, das passt schon alles ganz gut zusammen. So, wir gehen mal weiter. Das ist auf jeden Fall hier eine Szene, die direkt nach dem Autokino-Vorfall anschließt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir sogar in der Serie damit beginnen, dass der Autokino-Vorfall nochmal gezeigt wird. Nur ein bisschen länger. Aber eben, ähm, Jurassic World spielt... Ne, stimmt nicht. Dominion spielt jetzt offiziell 2000, doch 22, stimmt. Habe ich 23 gesagt? Ja, 22, stimmt natürlich. Ähm, dass wir den Autokino-Vorfall nochmal aus der Sicht von jemand anderem sehen. Das kann natürlich auch sein. So. Ja, die Animationen sind relativ gleich wie die aus der Camp Cretaceous-Serie. Obwohl sie da auch versprochen haben, dass die Animation hier sehr viel besser sein wird. Ich meine, die Animation war auch vorher schon gut. Da haben sie aber auf jeden Fall versprochen, dass die nochmal einen Schritt weiter gehen soll. Mal abwarten. Ähm, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Sieht man auf jeden Fall hier noch nicht allzu viel. Und dann haben wir hier noch einen sehr interessanten Text. A new era of chaos. Also eine neue Ära des Chaos. Seit Jurassic World Dominion im Kino durchgelaufen ist, gibt es Theorien oder Spekulationen oder Ideen, dass die nächste Jurassic Trilogie, die ja kommen wird, den Titel Jurassic Era, ähm, tragen soll. Das hier könnte ein Hinweis darauf sein. Ich meine, die Ära des Chaos kann sich auch einfach nur auf The Chaos Theory, auf die Serie beziehen. Vollkommen klar. Du hast halt gesagt, dass Jurassic World Dominion zwei Wochen nach Battle at Big Rock spielt. Der kann doch immer noch sein. Man spielt in Battle at Big Rock. Die spielen alle relativ nah aneinander. Also Battle at Big Rock spielt parallel zu den Ereignissen 2019, bist du da sicher? Also ganz sicher. Weil Battle at Big Rock spielt parallel zu den Ereignissen mit dem Autokino aus Jurassic World Dominion. Dann müsste ja die Autokino-Szene aus Jurassic World Dominion auch 2019 spielen. Das heißt, drei Jahre, bevor die dann den T-Rex einfangen. Die haben drei Jahre lang gebraucht, um den T-Rex zu fangen. Ich würde es so hinnehmen, weil er da rausgekommen ist. Ja, aber Vorsicht, Vorsicht. Das hat nichts zu heißen. Denn das offizielle Datum von Jurassic World Dominion wurde auch nach hinten verschoben, weil der Film auch verschoben wurde. Aber Battle at Big Rock gehört ja eben mit dazu. Da würde ich nochmal aufpassen. Ich meine, Battle at Big Rock ist in der Timeline, ist nämlich Battle at Big Rock zum selben Moment wie der Autokino-Vorfall mit dem T-Rex. Das ist derselbe Zeitpunkt. Und das wird nicht drei Jahre vorher gewesen sein. Das glaube ich nicht. Wurde auch im Film gesagt, was wurde im Film gesagt? In Dominion wird gesagt, dass der Allosaurus-Vorfall 2019 passiert. Ich meine, dass das so nicht passen würde. Ist auch Colin Treveros Timeline. Also ich würde es immer noch glauben, weil der Typ ja schon einiges verkackt hat, was die Kontinuität angeht. Aber würde halt keinen Sinn ergeben. Also, The New Era of Chaos könnte ein Foreshadowing auf Jurassic Era sein, wo ja auch schon die ersten Leaks gesagt haben, dass die erste Staffel von Chaos Theory eine Brücke schlagen soll zwischen Jurassic World Fallen Kingdom und in die Ereignisse von Dominion mit reingehen soll. Also auch parallel dazu spielen soll. Und, dass wir mit Staffel 2 eine Brücke bekommen sollen. Zu möglicherweise weiteren Filmen. Eine Ära des Chaos haben wir so noch nicht erlebt. Diese Heuschrecken aus Dominion waren keine Ära des Chaos. Wir könnten hiermit wirklich darauf eingehen, auf das, was dann eben noch alles passiert demnächst. Im Jurassic Universum. Wir klicken mal weiter durch. Auch beginnt es. Also es beginnt jetzt hier erst. Das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass wir wahrscheinlich mehr als nur eine Staffel bekommen werden, wenn die jetzt nicht komplett floppt. Was sehen wir hier als nächstes? Die haben gesagt, dass die drei Jahre gebraucht haben, den T-Rex einzufangen. Ja, ja okay, ey. Dann ist es halt so. Wenn die drei Jahre gebraucht haben, den T-Rex einzufangen, sehr kompetent, dann passt es aber trotz allem, dann spielt die Chaos Theory-Serie anscheinend sogar noch drei Jahre vor den Ereignissen von Dominion. Das heißt aber auch, dass der Auto-Kino-Vorfall auch drei Jahre vorher spielen muss. Ey, wenn das so gesagt wird, okay, ist es halt trotzdem dumm. Irgendwie. Colin Treverow halt. Gut. Wie viele Staffeln soll Chaos Theory bekommen? Keine Ahnung. Also, wenn Staffel 1 erfolgreich wird, dann wird man dann wahrscheinlich wieder auf Staffel 2 und 3 direkt weiterplanen. Aber erst mal muss Staffel 1 überhaupt erfolgreich sein. Die werden jetzt noch nicht weiterdenken als erst mal nur Staffel 1 und halt mal gucken. Deswegen wird auch Staffel 1 Jurassic World Dominion erst mal nur mit behandeln und aber nicht weiter drüber hinausgehen, weil die eben noch nicht wissen, kommt das überhaupt gut an bei den Leuten. Hier sehen wir jetzt eine Szene. Wenn wir gerade mal kurz weiterklicken. Das hier. Auch sehr interessant. Denn das hier ist tatsächlich eine Szene, die ursprünglich hätte im Film Jurassic World Dominion auftauchen sollen. Da haben wir uns auch schon mal in meinem Deleted Scenes Video zu Jurassic World Dominion die Konzeptzeichnung so angeschaut. Das ist genau der Shot hier, in welchem der T-Rex auf der Flucht vor dem Helikopter auf eine Landstraße rennen soll und dadurch fällt eben so ein Lastwagen um. Der Lastwagen war in der Konzeptzeichnung zwar noch so ein Öltanker gewesen, glaube ich. Hier scheint es jetzt ein normaler Lastwagen zu sein. noch eher eine Schnellstraße und keine Landstraße. Aber das ist auf jeden Fall so der Shot aus der Deleted Scene, die wir in Dominion nicht gesehen haben. Was ich auch sehr schön finde, dass sie scheinbar erneut einfach Sachen mit aufgreifen, die herausgelöscht wurden aus dem eigentlichen Film. Das gab es ja auch schon öfter in der Camp Cretaceous-Serie und jetzt hier anscheinend wieder. So. Schade, dass der erst nächstes Jahr im November erscheint. Finde ich gar nicht. Weil ich finde es gut, wenn man ein bisschen Zeit verstreichen lässt. Ich merke das gerade bei Marvel oder auch bei Star Wars. Zwei Franchises, die ich früher unfassbar geliebt habe, dass die mir inzwischen egaler nicht sein könnten. Weil du permanent damit zugeballert wirst und du verlierst so ein bisschen das Besondere an diesen Geschichten. Deswegen 2024 ist perfekt dafür und 2026 dann der nächste große Kinofilm. Jurassic Era oder irgendwie sowas. Das wäre doch eine ganz coole Sache. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn man das so ein bisschen handhabt und nicht einfach permanent davon Content rausklatscht. Ein bisschen Zeit nehmen, eine Geschichte ausarbeiten. Danach gucken wir uns Godzilla an, ja. Godzilla könnte aber dasselbe Schicksal erleiden wie Star Wars. Müssen wir halt mal abwarten, was sie da jetzt alles planen. Auf jeden Fall ist das hier eine ursprüngliche gelöschte Szene aus Jurassic World Dominion. Jetzt in Jurassic World Chaos Theory eingebaut wird. Ja, hier haben wir nun mal den klassischen T-Rex Brüller. Der muss natürlich mit eingebaut werden. Bisschen Fanservice darf auch mit drin sein. Das Licht fällt hier auf den T-Rex. Und ja. Wie gesagt, die Animationen sind genauso wie in wie in der Serie der Camp Cretaceous. Was mich da halt nur immer dran gestört hat, auch schon bei der damaligen Serie, waren die Bewegungen der Dinosaurier. Und dass die, wenn die gebrüllt haben, so wie jetzt hier, dass der Fokus immer so auf den Köpfen war, dass die Köpfe so groß wurden wie bei so Funko Pops. Das sah immer ein bisschen dämlich aus. Das hast du jetzt hier aber komischerweise auch wieder. Die werden an den Bewegungen hoffentlich ein bisschen gefeilt haben, aber an sich sehen die ja von der Grafik her sehen die schon geil aus. Da kann man nichts gegen sagen. Das sieht schon ziemlich geil aus. Wie Tobi kann es sein, dass man dich auf Insta nicht mehr findet? Kann sein. Aber nee. Anna und Kaijuverse Instagram. Doch, doch. Ich bin noch da und ich werde auch gerade gefunden von Menschen, die sich meine Story angucken. Und deswegen wahrscheinlich auch hier im Stream gelandet sind. Hast du vor, nochmal ein Video mit Medienmelage zu machen? Ja. Da habe ich am Anfang des Streams drüber gesprochen, denn Nico kommt am Samstag vorbei. Nicht diesen, sondern nächsten Samstag. Da werden wir hier das Jurassic Park Brettspiel zusammenzocken mit dem lieben Mirko von Prehistoric Zone. So. Gehen wir weiter. Es gab noch ein paar Sachen, glaube ich, über die ich noch quatschen wollen würde. Der T-Rex brüllt, wir bekommen einen schwarzen Bildschirm und dann sehen wir das hier. Hier gab es auch schon erste Theorien, dass man hier hinten drauf sieht. Könnt ihr meine Maus sehen? Das hintere Paket auf Darius' Fahrzeug, das ist ein grün leuchtendes irgendwas. Da gab es schon erste Theorien, dass es sich hierbei um ein Embryo handelt. Ist halt irgendwie sehr aus dem Arsch gegriffen. Mach ich auch mal ganz gern so Theorien zusammenspinnen, aber da kann ich mir jetzt halt keinen Grund zusammenreimen, warum das sein sollte. Nein. Wir sehen jetzt hier, wie Darius mit seinem Auto erstmal eine Vollbremsung hinlegt. Und dann sieht er und quasi auf der Straße das Auto einmal rumreißt. So. Der Wald hier sieht aus, wie derselbe Wald, in welchem auch der Kurzfilm Jurassic World Battle at Big Rock spielt und eben auch der Wald, in welchem der T-Rex nach dem Autokino-Vorfall rennt. Ebenso sieht das Ganze aus, wie der Wald, in welchem das Lockwood-Anwesen gebaut ist, was wieder Sinn ergibt. Denn der Leak, von dem wir auch schon öfter gesprochen haben, erzählt ja, dass Brooklyn wohl entführt werden soll im Lockwood-Anwesen, beziehungsweise oder kurz vor dem Lockwood-Anwesen und daraufhin sollen Darius und Co irgendwie wieder zurück ins Rennen geschmissen werden, um eben Brooklyn zu retten. Der Leak sagt ja auch, dass Sayona Santos Brooklyn entführen sollte. Wenn das so stimmt, wäre das wahrscheinlich hier der Moment, wo Darius gerade davon erfährt, dass Brooklyn irgendwas zugestoßen ist und er deswegen eben das Auto nochmal rumreißt und dann eben aussteigt und ja, keine Ahnung, also er guckt schon mal nicht panisch, er guckt schon mal nicht panisch, vielleicht hört er auch nur etwas oder sieht ein Dinosaurier und bleibt dann eben stehen und guckt sich eben nochmal um oder er sieht das Lockwood-Anwesen oder irgendwie sowas. Zumindest sieht es jetzt nicht danach aus, als würde er ja, panisch nach Brooklyn suchen, aber ich glaube, das hängt irgendwie damit zusammen. die ganze Nummer und das sehen wir jetzt hier. So. Ich glaube, dass er eine Vollbremse macht, weil vielleicht der Indoraptor über die Straße rennt. Nein. Ich, ich will es eigentlich noch gar nicht ansprechen, obwohl, komm, wir sprechen es einfach doch an gleich. Wir reden jetzt auch hier live darüber, was denn die Leaks sagen, was es mit dem Ende auf sich hat, denn ganz zum Schluss, wir hören nochmal ganz kurz rein, hören wir einen Soundtrack, der sehr wichtig ist und zwar diesen hier. So. Aufgrund der ganzen Funken, die da rumsprühen und eben auch der Tatsache, dass die ganze Nummer hier ja zwischen Jurassic World Fallen Kingdom und Dominion spielt, habe ich mir am Anfang gedacht, diese Musik erscheint einfach, damit wir alle verstehen, okay, es wird sich hier sehr viel auf Jurassic World Fallen Kingdom bezogen. Das stimmt allerdings nicht. Jurassic World Fallen Kingdom wird hier so gut wie gar keine Rolle spielen, wir gehen ja mehr in Richtung Dominion. Warum also spielen sie hier diesen Song und hier Chicken Master hat es sogar schon erwähnt im Chat, das ist nicht einfach nur der Song von Jurassic World Fallen Kingdom. Dieser Song ist offiziell hinterlegt in den Playlists auch der offiziellen Soundtracks des Films Jurassic World Fallen Kingdom als der Theme Song vom Indoraptor. Man kann also davon ausgehen, dass dieser Song hier nicht umsonst gespielt wird. So viel erstmal dazu. Das heißt, das Indoraptor Theme kommt zum Schluss und wir kennen ja auch schon die Theorie, die besagt, dass der Indoraptor in der Serie eine Rolle spielen würde. In welcher Form auch immer. Und ich hatte gesagt, dass meine Theorie ist, dass der Indoraptor sofern eine Rolle spielen könnte, dass Sayona Santos sich DNS von ihm abzapft, um dann eben die Atrosiraptoren zu erschaffen. Daraufhin wurde mir auch mal geschrieben, ja, macht aber irgendwie auch keinen Sinn, weil die Atrosiraptoren hatten ja 100% DNS gehabt von, also 100% Dinosaurier DNS gehabt. Das stimmt aber so, glaube ich, auch nicht, denn die Atrosiraptoren sind nicht von Biosyn geschaffen worden. Auch ganz wichtig. Biosyn hat 100% Dino-DNS gehabt, aber diese Raptoren wurden von Sayona Santos erschaffen. Und das soll wohl auch eine Rolle in der Serie mit drin spielen. So, jetzt reden wir über den Leak, der eigentlich erst in meinem übernächsten Video behandelt werden wird. Ähm, wo es darum geht, warum der Atro, äh, der, der Indoraptor sehr wahrscheinlich in irgendeiner Form eine Rolle spielen könnte, sofern dieser Leak auch wirklich stimmt. Und ich sage jetzt hier mal ganz klar, Spoilerwarnung für die Serie, weil drei Leaks haben bis jetzt zugetroffen. Drei Leaks waren es, glaube ich, gewesen. Darius wird älter, das Lockwood-Anwesen wird eine größere Rolle spielen, das haben wir jetzt noch nicht gesehen, das wird euch noch gar nicht als bestätigt ansehen, aber eben auch, dass die ganze Geschichte zur Zeit von Battle at Big Rock spielen wird. Auch das haben wir jetzt ja hier gesehen, das ist wohl so. Das heißt, dass diese Leaks stimmen, ist relativ wahrscheinlich, zumindest, dass die anderen auch stimmen. Allerdings ist der Leak, den ich euch jetzt erzähle, nicht von derselben Person wie der davor. Und zwar wissen wir ebenfalls von Netflix und auch von Mattel war es, glaube ich, dass wir im Januar bereit neue Actionfiguren zur Serie bekommen werden. Unter anderem bekommen wir eine Actionfigur vom Erwachsenen Darius, wir bekommen eine Actionfigur vom Allosaurus, genau, wo dann auch die Frage war, ob das derselbe Allosaurus sein könnte, wie der aus Battle at Big Rock. Ich denke mal, ja. Und wir bekommen eine Actionfigur von einem Ankylosaurus, der aber nicht Bumpy ist. Punkt. Das wurde bereits Office of Netflix auch bestätigt. Die kommen im Januar. Der neue Leak sagt jetzt, dass wir noch zwei weitere Figuren bekommen werden, unter dem Stempel Jurassic World Chaos Theory. Einmal eine Figur von Sayona Santos. Macht Sinn, wenn die Theorie wirklich stimmt, oder wenn der Leak wirklich stimmt, dass sie die Bösewichtin ist, macht es Sinn, dass sie nochmal irgendwie in einer Jurassic World Chaos Theory Collection mit dabei ist. Und aber einmal ein Double Pack vom Indoraptor. So. Jetzt wird es ganz interessant. Passt auf. Also. Wie gesagt, das ganze Thema behandle ich auch nochmal mit Bildern und mit Quellen in meinem YouTube Video, was dann am Samstag kommt. Morgen kommt die Traileranalyse von dem Ding hier. Auf das Thema Double Pack gehen wir gleich ein. Der Indoraptor als Figur, wenn der bestätigt werden würde, würde das nicht bedeuten, dass der eine tragende Rolle in der Serie hier spielt. Warum? Es könnte auch einfach sein, dass der Indoraptor wirklich nur als Leiche darlegt und Sayona Santos zapft sich Dino DNS von dem ab. Trotz allem könnte man eine Actionfigur rausbringen, warum der nicht? Merchandise ist immer gut. Und ihr müsst auch bedenken, dass in Jurassic Park 1, als der Film im Kino gekommen ist, gab es Actionfiguren von Dr. Grant mit Panzerfaust und von Terranodon. Wir wissen, dass das auch so nicht passiert. Das ist so nie vorgefallen. Trotz allem gab es aber die Actionfiguren zu der ganzen Nummer. Das heißt, der Indoraptor sollte er bestätigt werden als Actionfigur, könnte trotz allem nur da sein, weil die Serie auch zum Teil am Anfang im Lockwood anwesend spielt und mehr nicht. Das Doppelpack bezieht sich aber anscheinend tatsächlich auch auf zwei Figuren, die in diesem Doppelpack mit drin sind. Und zwar zwei Indoraptoren. So, jetzt haben wir ja vorhin Folgendes gesehen. Wir haben vorhin das hier gesehen. Na, wo haben wir es? Die Szene hier mit dem T-Rex, der auf einer Landstraße oder eben jetzt hier auf einer, keine Ahnung, auf einer Schnellstraße steht, auf der Flucht vor dem Helikopter und dann eben ein LKW in einen Unfall baut. Diese Szene ist eine ursprüngliche Skriptszene, die aber so nicht für den Film Jurassic World Dominion umgesetzt wurde. Die wurde herausgeschnitten aus zeittechnischen Gründen. Jetzt wird sie aber hier mit eingebaut. Das heißt, sie nehmen sich hier schon mal die erste gelöschte Szene und verwursten sie neu. Wenn ein Doublepack mit zwei Indoraptoren herauskommt, könnt ihr einen drauf lassen, dass das einmal der schwarze und einmal der weiße Indoraptor sein werden. Wenn das wirklich kommt, werden das die beiden sein. Und wenn das der Fall ist, wird der weiße Indoraptor der Hybrid der Serie werden. Zumindest von Staffel 1. Denn auch der sollte ursprünglich in Jurassic World Fallen Kingdom auftauchen, wurde aber aus zeittechnischen Gründen herausgeschrieben. Der ursprüngliche Leak zur Serie, offiziell von Netflix, der Leak, das ist die offizielle Beschreibung, die wir ganz am Anfang hatten, als die Serie noch sehr früh in der Planung war, ist gewesen, dass eine gewisse Sidney bei einem Vorfall am Lockwood anwesen von einer Kreatur den Arm abgebissen bekommt. Oder sie verliert zumindest den Arm bei einem Vorfall mit einer Kreatur am Lockwood anwesen. Und damals habe ich schon gesagt, es wird auffällig oft von einer Kreatur gesprochen, nie von einem Dinosaurier. meine Theorie ist, sollte dieser Leak stimmen mit dem Double Pack Indoraptor, dass der weiße Indoraptor eigentlich die Rolle des Hybriden gespielt hätte. Der würde, wenn der auftaucht, wahrscheinlich auch nicht genauso aussehen wie der normale Indoraptor, nur halt in weiß, der würde noch ein bisschen verändert werden, weil Merchandise und die ganze Geschichte könnte wirklich so ablaufen wie auch in Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 3, dass der weiße Indoraptor bereits im Lockwood anwesen war, während diese Auktion stattgefunden hat. Es wurde ja nie dementiert, dass es hätten zwei sein können. Es wurde immer nur diese eine gezeigt. Dann aber ist die Katastrophe ausgebrochen, das Lockwood Anwesen wurde verlassen, es wurde abgeriegelt. Ja, quasi kontaminiert wurde. Du kannst das Lockwood Anwesen nicht mehr einfach so betreten, das ist quasi illegal. Brooklyn soll sich aber angeblich auf dieses Anwesen schleichen aus irgendwelchen Gründen. Was ist wenn? Brooklyn wird den Arm nicht verlieren, das glaube ich irgendwie nicht. Diese ganze Arm verlier Thematik, die haben sie glaube ich auch mit rausgeschmissen, genauso wie auch Sydney. Aber Brooklyn wird, meine Lockwood Anwesen nachforscht nach irgendwelchen Sachen, wird sie den weißen Indoraptor befreien. Aus irgendwelchen Gründen, genauso wie Kenji den Scorpius Rex befreit hat in Camp Cretaceous Staffel 3. Wir wissen, dass Brooklyn am Ende von Staffel 5 von Camp Cretaceous weiß, dass da seltsame Sachen vor sich gehen und dass sie auch da mal gucken will, was da wirklich abgeht. Die Serie wird das mit aufgreifen. Wenn der weiße Indoraptor mit dabei ist, macht es nur Sinn, dass Brooklyn dann auf dieses Tier trifft, das vielleicht noch eingesperrt ist, vielleicht aber auch ähnlich eingefroren wie auch der Scorpius Rex, keine Ahnung, und dass dieses Tier dann eben der neue Hybrid sein wird. Wenn das alles so stimmt, und bisher stimmen halt die Leaks anhand dieses einen kleinen popeligen Teasers auffällig genau. Also, lass mal kurz so stehen. Sag bitte nochmal, hatte gerade 30 Sekunden Werbung, habe ich gerade gesagt, das sollte jetzt auch bei dir, Moment, glaube nicht, weil mal Camp Cretaceous war in Staffel 1, was? Glaube nicht, wenn nicht mal Camp Cretaceous war in Staffel 1 auch ein bekannter Hybrid. Den Satz verstehe ich nicht. Können die einfach jetzt den Trailer raushauen? Aber wenn die den Trailer raushauen, bitte nicht sowas verraten. Bitte. Ich fand schon so schrecklich, dass die den Dominus Rex zwei Trailer lang von Jurassic World geheim gehalten haben, wie das viel wirklich aussieht, dann in Trailer 3 zeigen wenn der Interruptor vorkommen soll, dann mindestens drei Staffeln vorkommen. Wenn der vorkommt, nur eine Staffel, das denke ich mir mal, weil Merchandise. Wir brauchen was Neues für Staffel 2. Leute müssen Merchandise kaufen. So. Jetzt habe ich meinen Pulver hier verschossen zur Serie Jurassic World Chaos Theory. Ganz viel, was der Trailer oder der Teaser uns verrät, ganz viel, was der Teaser auch anhand der Leaks bestätigt. Ganz viele Theorien und auch ein bisschen Theorien von mir selber mit eingebracht. Ihr könnt auch gerne mal euren Senf dazu abgeben. Was haltet ihr davon? Was ist eure Meinung zum ersten Teaser? Ist der cool? Habt ihr Bock? Seid ihr gehypt? Habt ihr Camp Cretaceous gesehen? Oder eben nicht? Ja. Ich schaue mir übrigens auch gerade von jenigen, die keinen Bock haben, sich die Serie anzuschauen. Dann könnt ihr einfach die Reviews von mir gucken. Auf dem Reaction Kanal kommen dann eben die Reactions raus, wo ich dann die einzelnen Folgen auch schaue. Natürlich gecuttet wegen Urheberrechten. Das wird sich gegönnt. Das Doppelpack meinst du? Ich habe eine persönliche Theorie. Am Ende von Jurassic World 2 wurden doch alle Dinosaurier freigelassen. Jedoch wissen wir nicht, welche draußen herumlaufen. Gibt es das nicht? Gibt es da nicht sogar im Jurassic World Compendium die Auflistung der Saurier, die im Lockwood anwesend waren? Deswegen sind doch alle auch so ausgeflippt, wo dann irgendwie ganz andere Spezies auf Malta waren, weil es keinen Sinn ergeben hat. Aber es wurden auch Dinosaurier von der Isla Sorna gebracht aufs Festland. Ja. Und die soll auch eine Rolle spielen übrigens. Die Isla Sorna soll noch eine tragende Rolle in Jurassic World Chaos Theory spielen. Und der erste Trailer, ich weiß auch nicht, wann die Serie jetzt hier rauskommen soll. 2024 steht vorne. Ich meine mal gelesen zu haben im Winter, aber ich glaube, das stimmt nicht. Das habe ich mir glaube ich selber zusammen gesponnen. ich weiß auch nicht mehr, wann die anderen Serien rausgekommen sind, also die Camp Cretaceous Staffeln, aber ich meine, die kamen auch so um den Winter rum, kann das sein? Oder waren das so Sommerserien? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das heißt, dass der Indoraptor könnte mit entkommen sein. Der weiße Indoraptor, ja. Das meins, das ja, natürlich, das wird man dann dazu dichten nochmal alles. Und wir haben jetzt ja auch schon so viele von Colin Trevorrow so viele Dinge nachträglich bestätigt bekommen, in den Kanon eingebaut. Jetzt haben sie ja die Chance, das nochmal zu zeigen. Also zeig mir, dass die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 auf Malta waren. Erzähl es mir nicht, nur zeig es mir wirklich. Zeig mir, dass der Spinosaurus im Biosyn Valley war. Die haben jetzt so viele Möglichkeiten, das alles mit einzubauen. 2020 bis 2022. Okay. Gut. Soviel auf jeden Fall erstmal dazu. Zu der ganzen Geschichte hier. Jurassic World Chaos Theory. Also ich hab auf jeden Fall extrem Bock drauf und bin sehr gespannt, was sie jetzt daraus machen, weil die Serie eben scheinbar die Ereignisse von Jurassic World Dominion mit aufnimmt und ich glaube tatsächlich, dass die Jurassic World Chaos Theory Serie ja auch danach noch ein bisschen ansetzt. Denk ich mal. Die Raptoren aus Jurassic Park 3 sind scheiße? Nee. Also die sind wesentlich besser als Blue und der ganze Disney-Quatsch. Blue ist ja eine Disney-Figur geworden. Das ist ja kein Raptor mehr. Das ist ja ein Kuscheltier geworden. Ein Merchandise-Kuscheltier. Raptoren aus Jurassic Park 1, 2 und 3. Die waren noch geil. Das war eine richtige Raptor. So. Dann war das auch geklärt. Ja, aber dann auch schon wieder. Guck mal, die Rapporen aus Jurassic Park 3 waren hyperintelligent. Was für alle, die halt sich da nicht so übertrieben reinfuchsen, so ein Dorn im Auge ist. Aber es macht natürlich Sinn, dass sie so intelligent waren, weil sie ja von Dr. Henry Wu durch das Amalgam-Testing derart verändert wurden. Auch das könnte man jetzt hier einbauen. Wenn die jetzt wirklich sagen, wir bauen die Isla Sorna nochmal als eine Insel mit ein, vielleicht sogar als die zentrale Insel, wo das Ganze im Endeffekt dann auch spielen wird, erklärt doch sowas. Die haben jetzt die Chance, das Amalgam-Testing mit einzubauen und einfach alles zu erklären, was ein Otto-Normal-Zuschauer von Jurassic Park sonst nicht verstehen würde. Ich finde, das ist jetzt perfekt dafür. Ich würde zwar viel lieber einen Film sehen über das Amalgam-Testing, aber im Endeffekt, was willst du da für einen Film draus machen? Sowas wie Oppenheimer höchstens. Aber ein Kinofilm zum Beispiel über Hurricane Clarissa würde ich geil finden, aber das mit dem Amalgam-Testing könnte man doch jetzt perfekt in diese Serie mit einbauen. Geht zurück zu Isla Sorna, vielleicht wird ja eine Brooklyn auch von Siona Santos zu Isla Sorna entführt, vielleicht wurden ja die Atrosi Raptor auch auf der Isla Sorna erschaffen vom Amalgam-Testing. Wir wissen es ja alle nicht. Jeder hat aber nicht eine Video das sag ich ja auch gerade, ich sag's ja ich sag's ja genau deswegen, wenn du das nicht weißt, dann bist du da halt hoffnungslos verloren, auch da weil aber auch alles dazu gedichtet wurde erst im Nachhinein. Deswegen erklär's doch jetzt einfach in der Serie. Und jeder der den Kanon irgendwie verfolgen möchte, kann damit einsteigen und versteht's auch. Ich würde das nicht verkehrt finden, dass man das jetzt mit einbaut. Jurassic Park 3 ist ja so voller Fragen und Lücken und du musst dir alles irgendwie aus dem Arsch ziehen mit irgendwelchen Theorien oder es wird nachträglich irgendwas dazu bestätigt oder bla bla bla, aber das heißt ja nicht umsonst immer Show, don't tell. Zeig mir das Ganze. Und jetzt habt ihr eben die Chance mir das Ganze auch zu zeigen. Mehr oder weniger. Das Design der Raptoren ist auch sehr, wenn man das Design nicht mag, okay. Zumindest die weiblichen Velociraptoren, die basieren ja andersrum. Ghosts Design vom Atrosiraptor Ghost, das basiert ja auf dem Weibchen aus Jurassic Park 3 und ich finde Ghost hat das geilste Design aller Raptoren. Ein Atrosiraptor, ja, aber alle Raptoren. Moin, bin gerade neu reingekommen. Oh Gott. Ich muss da drüben schauen, sorry, warte ganz kurz. Moin, bin gerade neu rein. Kommt ein neuer Jurassic Film raus. Oder worum geht es? Nee. Es kommt aber eine Jurassic World Serie raus nächstes Jahr 2024. Und da wurde jetzt der erste Teaser veröffentlicht mit dem Titel, ich zeig's dir gerade nochmal. Ähm, Jurassic World Chaos Theory. Wird ne Animationsserie wieder werden, wie auch Camp Cretaceous und, ähm, wirft schon mal sehr, sehr, sehr viele interessante Fakten auf oder auch Fragen auf, wie Darius, der eben wesentlich älter geworden ist und alles drum und dran. Ja. 2024, wann genau, weiß man aber noch nicht, meine ich. Ich mag die Designs auch. Ich find auch die Designs von den roten Velociraptoren ziemlich geil. Ich mochte das generell, dass die immer so anders ausgesehen haben. Aber, der Spino ist halt aber auch sehr dumm. Warum? Du hast Jurassic Park 3, kann das sein? Nein, macht er nicht. Das stimmt nicht. Er verfolgt nicht die Menschen wegen seinem Kind, das war der ursprüngliche Plan gewesen, den die Macher in den Film einbauen wollten. Aber der Plan war ja nicht mal fertig im Drehbuch. Das war ja ein Gedanke, der am Anfang geäußert wurde, dass das der Grund hätte sein sollen, warum der Spinosaurus die Menschen so lange verfolgt. Offiziell im Kanon wurde nachträglich dazu bestätigt, dass der Spinosaurus so ein aggressives Jagdverhalten hat wegen dem Amalgam-Testing. Er wurde einfach zu aggressiv gemacht und zu fokussiert, quasi wie ein Monster. Das ist die Vorstufe von dem Dominus Rex einfach gewesen. Das ist jetzt offiziell. Und das müsst ihr mir einfach halt irgendwie zeigen. Erklärt das dann nochmal ganz kurz. In so einer Serie zum Beispiel. Warum denn nicht? Ja gut, die Animatronik sind ja das Design. Das musst du hier aber nicht doppelmoppeln, nur damit du mehr negative Punkte hast. Ähm, übrigens hat Jurassic Park 3 das beste CGI der gesamten Jurassic-Reihe, behaupte ich einfach mal. Wer von euch das Jurassic Park Compendium besitzt, geht mal auf die Seite, wo Jurassic Park 3 beleuchtet wird und schaut euch da mal die Szene an, wo die Velociraptoren um Alan Grant rumstehen. Kurz bevor Eric kommt. Ey, du kannst nicht unterscheiden, was CGI ist und was die animatronische Puppe ist. Ich hätte schwören können, dass das alles animatronische Puppen waren, die du quasi von Nahem siehst. Ist aber nicht so. Eine einzige hatten sie dafür benutzt. Alle anderen, es waren glaube ich drei, waren CGI gewesen. Ist schon extrem krass. Ähm, ich finde Jurassic Park 3 sehr unlogisch und alles, was dumm ist, wurde mit dem Amalgam-Testing hin zugedichtet. Na, zwei Sachen. Raptor-Intelligenz und Spinosaurus-Verhalten. Das wurde hin zugedichtet, ja. CGI in Jurassic Park 3 ist nicht, nee, nee, das ist schon ziemlich geil. Also gerade, wenn du dir mal die 4K-Blu-Ray anguckst von Jurassic Park 1, da ist das CGI nicht ganz so geil gealtert, gerade eben tagsüber. Jurassic Park 2 auch nicht und Jurassic Park 3 gerade tagsüber. Also gerade Szenen, die in der Nacht spielen, sieht CGI immer geil aus. Aber tagsüber die CGI-Szenen in Jurassic Park 3 sehen unfassbar geil aus. Du magst den Film nicht, da kann ich mich jetzt tot mit dir diskutieren, glaube ich. Guck dir mal den Spino an. Wann, wo, welche Szene meinst du? Es gibt zig Szenen mit ihm. Die animatronischen Szenen, die CGI-Szenen, welche Szene. Und sogar da könnte ich dir eine Szene zeigen, du sagen würdest, es war doch eigentlich eine animatronische Puppe. Und ich würde sagen, nö, war CGI. Und das mal im Vergleich zu Jurassic World Dominion oder zu Jurassic World, wo du sofort siehst, dass alles CGI ist. Das hat Jurassic Park 3 wirklich extrem gut gemacht. So. Gehen wir jetzt mal ganz kurz weiter, bevor wir uns jetzt hier daran aufhängen, ob Jurassic Park 3 gut ist oder nicht. Das kann man so oder so finden. Der Film ist auf jeden Fall da und, ähm, ja, könnte noch ausgearbeitet werden im Nachhinein. Okay. So. Wir haben jetzt gleich 18 Uhr, das heißt, Spooky kommt ja aus Trotz erst um 18 Uhr wieder zurück. Ähm. Die animatronische Figur vom Spinosaurus sieht sehr unrealistisch aus und der Spino bewegt sich sehr komisch. Mit dem Bewegen, ja. Da gibt's die eine Szene, wo er Nash packt und sich dann so komisch hin und her dingst. Ähm. Was aber daran liegt, dass es auch, glaube ich, die erste Szene im gesamten Jurassic Franchise war, wo eine animatronische Figur einen Menschen gepackt hat. Das hätte beim T-Rex auch nicht besser ausgesehen. Nur da haben sie halt das CGI benutzt, wenn der einen gefressen hat. Meine ich, das war sogar immer CGI beim T-Rex gewesen. Ähm. Hätten sie hier am besten auch so machen sollen, ja. Ähm. Der Spinosaurus sieht unrealistisch aus. Der, 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 die, die Argumentation mit unrealistisch bei Jurassic Park und Jurassic World, die ist für die Cuts. Also die kannst du eigentlich nicht bringen. Weil, wo fängst du denn dann damit an? Bei dem, angeblichen Moskito, der eigentlich eine Elefantenmücke ist, der in echt nicht mal Blut saugt. Der für alles verantwortlich ist. Wenn du schon so anfängst, ja, dann kannst du wirklich, dann, dann, ey, die Saurier haben keine Federn, unrealistisch, oder kein Fell. Wo willst du denn dann aufhören? Das ist ja Quatsch. Mit unrealistisch. Da komme ich nicht damit. Das ist Quatsch. Bewegung finde ich auf jeden Fall richtig, ja. Ich meine, die Arme vor allem. Bewegt der die Arme denn so großartig? Weiß ich gar nicht mehr. Ich finde das in neuen Filmen auch ganz schlimm mit dem CGI. Gibt natürlich Ausnahmen. Früher, die praktischen Effekte waren immer lebhafter. Ja, mich stört einfach nur an den Jurassic World-Filmen, dass sogar die Szenen, die echt sind, die CGI aussehen. Du hast beim Making-of, siehst du, das Ganze wurde ja zum Großteil auch in Hawaii gedreht, in einem echten Dschungel, quasi. Und dann legen die aber noch so einen beschissenen Glanzfilter auf alles drauf, damit das CGI nicht mehr so stark vom echten abhebt. Das ist der Hintergrundgedanke dabei. Und deswegen sieht einfach alles, ähm, alles falsch aus in Jurassic World. Alles. Der gesamte Dschungel sieht CGI-mäßig aus. Bei der Hobbit hat es damals schon angefangen, das ist einfach so eine Neuseeland-Fahrt, so ein Kamerashot. Der sieht im Making-of unfassbar geil aus und im Film selber glänzt alles. Das sieht aus wie so eine, wie so eine Spielmatte von diesen, äh, Tabletop-Spielen. Das ist wirklich schrecklich. Und das machen die inzwischen überall. Da hab ich dann lieber sowas wie One Piece zum Beispiel, wo das CGI hier und da mal beschissener aussieht, dafür aber die restliche Welt echt. Der Strand war echt. Da war kein, da war kein Glanzfilter mehr drauf geballert. Die Kostüme sahen deswegen vielleicht hier und da mal ein bisschen billig aus. Aber ey, auch das ist verkraftbar. In so einer Hinsicht. Aber bei Jurassic World, ja, da haben sie halt, ähm, die grandiose Idee gehabt, die Hochglanzfilter drauf zu packen, damit das CGI nicht so sehr auffällt. Mir fällt das CGI lieber auf, auch in Jurassic Park 1. Da hab ich lieber, dass der, dass der Brachiosaurus am Anfang inzwischen auffällt als CGI. Dafür hab ich aber da einen echten Dschungel. Ich bin auf einer echten Insel. Ja. Heutzutage ist alles hochglanzpoliert. Ja, der Ringe-Serie auch. Teuerste Serie aller Zeiten. Die prahlen mit echten Sets. Ohne Ende. Ich weiß bis heute nicht, was davon echt war und was nicht. Keine Ahnung. Sieht einfach alles fake aus. Heutzutage wird da so übertrieben. Ja, die versuchen noch so ein Gleichgewicht zu finden. Eines Tages wird das auch funktionieren. Aber aktuell ist es halt so, dass CGI immer sehr glanzvoll aussieht. Das sieht immer so geleckt aus. Und wenn du halt dann versuchst, den gesamten Film dem anzupassen, ja, dann hast du halt einen hochglanzpolierten Kinofilm. So. Was haben wir jetzt? Ach so, genau. Spooky kommt erst um 18 Uhr wieder rein. Das heißt, wir können auch jetzt gerade keine Abstimmung machen. Ihr schreibt mir einfach mal in den Chat, was wir jetzt als nächstes sehen wollen. Dann ein bisschen. Ich bin